Der Finale ist gespielt. Tresaille ist ausgefallen am Start. Tresaille ist ausgefallen. Gerd Riss in Führung. Deutlich in Führung. Vor Sierk-Schutzbach. Und richtig weiter. Alle drei Deutschen an der Spitze. Das wäre ein deutsches Sieger-Bodest. Tja, Gerd Riss kontrolliert das Rennen von der Spitze zum sechsten Mal am heutigen Tage. Tja, Schutzbach an der sicheren Zweifel. Kulme Korpi kämpft. Versucht noch, den einen Platz gut zu machen. Eine Runde noch zu fahren. Gerd Riss vor Sierk-Schutzbach. Richtig weiter. Gerd Riss ist fast durch. Schutzbach auch. Daumen drücken nochmal für Speiser. Und jetzt kommt sie ins Ziel. Der Grand Prix von Deutschland. Und der Sieger heißt... Gerd Riss! Gerd Riss! Zwei Vier-Schutzbach. Richtig weiter. Köln und Köln. 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 Und Tresaille am Start.